Ich möchte jetzt anfangen, größere Zahlen zu dividieren und mit dir gemeinsam auch überlegen, wie das Ganze eigentlich überhaupt funktioniert. Dazu folgende Aufgabe, wie viel ist 96 geteilt durch 4? Und dazu überlegen wir uns als erstes mal, wie oft diese 4 hier in die 9 reinpasst. Na gut, wir wissen ja jetzt, dass 4 mal 2 8 ist, das ist schon ganz nah an der 9 dran und 4 mal 3 ergibt 12 und das wäre schon zu viel, das ist ja über der 9. Wir wollen also nicht drüber kommen, sondern möglichst nah rankommen und da haben wir schon mal mit der 4 mal 2 eine ganz gute Näherung und das schreiben wir jetzt hier hin. Was wir jetzt als nächstes machen, wir multiplizieren miteinander. 4 mal 2 ergibt 8 und das schreiben wir wieder hier drunter. Ich mache das mal in der gleichen Farbe. 4 mal 2 ergibt 8 und was wir jetzt machen, wir subtrahieren, 9 minus 8 ergibt 1. Jetzt holen wir uns diese 6 hier runter und jetzt steht 16 und jetzt überlegen wir uns, wie oft die 4 in die 16 hineingeht. Gut, das weißt du schon, das geht 4 mal hinein und diese 4 schreiben wir hier nebendran. Jetzt machen wir wieder das gleiche, wir rechnen 4 mal 4 ergibt 16, wir subtrahieren wieder und haben keinen Rest übrig. Und wie durch eine Zauberei steht jetzt hier schon unsere Lösung, das ist die richtige Antwort und die Lösung von 96 geteilt auf 4 ist 24. Und jetzt möchte ich dich bitten, mal das Video anzuhalten und dir zu überlegen, was hier eigentlich passiert ist. Wenn du das nochmal genau anschaust, was haben wir gemacht? Wir haben mit dieser 9 hier angefangen. Und diese 9 ist ja eigentlich, die steht ja an der 10er Stelle, das ist ja eigentlich eine 90. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns überlegt, wie oft kann ich 4 multiplizieren und komme möglichst nahe schon an diese 90 heran. Und da haben wir uns eben angenähert mit 4 mal 20. Diese 8 hier ist ja in Wirklichkeit eine 80. Was wir hier gemacht haben, wir haben 4 mal 20 gerechnet und das ergibt eben 80. Wenn ich jetzt von 96 eben 80 abziehe, sind eben noch genau 16 übrig. Und jetzt habe ich schon eine viel kleinere Zahl, sind nur noch 16 übrig. Und das ist dann auch einfacher und ich weiß, dass die 4 in die 16 genau 4 mal reingeht. Der Trick ist eben, dass du mit den 10er Stellen arbeitest und für größere Zahlen, dann hast du eben 100er oder 1000er Stellen. Und dann subtrahierst du das eben runter und in dem Moment, wo du keinen Rest mehr hast, ist eben diese Aufgabe beendet. Und du kannst es ja einfach nochmal überprüfen. Und 24 mal 24 ergibt 96. Und das ist einfach schon die richtige Lösung für diese Aufgabe. Und das ist einfach schon die Aufgabe.